Was sind drei, vier Leute? Oh je. Ist auch noch einer? Oh nein, da ist keine Waffe drin. Ich glaube es nicht. Na, ist das euer Ernst jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Warum kann ich denn diese dämliche Situation entschärfen, wenn er dann zu blöd ist, beziehungsweise keine Zeit hat, um da drauf zu schießen? Wo ist das Lager denn jetzt da hinten? Ne? Ja. Ich nehm doch die! So, wenn ich jetzt noch genau wüsste, wo das stand. Rechts ist noch einer. Geh mal schön zu den anderen, dann kann ich besser auf euch zielen. Was ist das? Du bist in der falschen Gap, stranger. You don't want to die for Hernandez, do you? Äh, wo ist denn da noch einer? Wo kam der denn jetzt? Ja, den habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Ah, sehr schön. Die können leider im Moment nicht sprechen. Die sind beschäftigt. Warum zuckst du noch so? So, kurz und bündig, da Methode 1 ja nicht funktioniert hat und, äh, also mit dem Entschärfen und ich auf Methode 2 keine Lust hatte. Ähm, ja. Habe ich sie mal einfach alle abgeknallt. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Na, komm. Ist das auch was? Ja, perfekt. Munition ist immer gut, weil im Moment sind wir doch relativ knapp. Wir müssten mal neue kaufen. Aus dem Lager rauszunehmen ist ja irgendwie auch nicht so, der Burner habe ich festgestellt. Das sind dann auch immer nur irgendwie drei Pfeile oder was und fünf Munitionen und, naja. Naja, nicht ganz, ne? Tja, du wolltest ja unbedingt diese Message machen, da kann ich ja nichts für. Okay, dann gucken wir mal, zack. Äh, nein. Ja. Ich glaube, ich bin etwas zu nah dran, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Och, jetzt geht doch nicht wieder weg. Mein Gott. Das war einmal. Perfekt. So, halte F1 gedrückt. Keine Ahnung wofür. Missions-Info. Ja. Tolle Info. Das wussten wir auch vorher schon. Der war aber doch gerade noch. Da, nehmen Flakus Revolver. Aber, naja. Jetzt kann ich es wieder nicht mehr nehmen, hä? Nein. So. Okay, jetzt habe ich meine wieder. Okay. Dann gucken wir nochmal schnell, ob hier drin noch irgendwas für mich ist. Irgendwas. Das sieht aus wie eine Truhe. Ah, perfekt. Schatzsuche. Okay. Ja, ich habe jetzt I gedrückt. Jetzt passiert wieder nichts. Ähm. Aber ich habe eine Schatzkarte gefunden. Das ist natürlich mega geil. Ähm. Wobei ich mir habe sagen lassen. Entdecker 2. Finde den Schatz. Hä? Geht das jetzt doch mit ein? Also ich habe mir sagen lassen. Oh, schade. Das geht nicht. Dass man wohl mehrere Teile einer Schatzkarte braucht. Aber anscheinend ist dem doch nicht so. Oder zumindest wohl nicht bei jeder Schatzkarte. Ähm. Warum liegt da... Ach so. Ja. Ja, aber das soll ja angeblich zurückgeschickt werden. Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber angeblich ja. Habe ich ihn eigentlich ausgeraubt? Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht ausgeraubt. Das ist auch schwarz, meine ich. Genau. Haha. Ich habe ihn noch gar nicht ausgeraubt. Äh. Kann ich dich ausrauben? Ich kann dich nicht ausrauben. Okay. Naja, gut. Okay. Wir setzen jetzt auf jeden Fall auf. Und unsere Aufgabe war es ja, die Fotos zu machen. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob wir die jetzt zuschicken sollten. Oder... Naja, anscheinend sollte ich die zuschicken. Es steht nämlich jetzt hier gerade nichts drin. Ähm. Ja. Steht jetzt nicht drin. Aber ich meine wirklich, dass wir das Ganze rüberschicken mussten. Deswegen werde ich jetzt erst mal mich auf den schnellsten Weg zurück machen zu einer Poststation. Das ist, glaube ich, die hier. Genau. Das ist der schnellste Weg. Da werde ich mich jetzt hin machen. Und dann werden wir uns gleich wieder sehen, wenn ich die Sachen verschicke. Das ist, glaube ich. Ich habe mich gefragt, für eine Message. Und er hat mir den ganzen Welt geboten. Aber ich kann nicht verstehen, dass ich das Ganze verstehen kann. Alle diese Leute, und keine von ihnen richtig sind. Das ist sehr frustrierend. Der ganzen Welt. Das war nicht genug? Was? No! It wasn't enough. It wasn't enough at all. That's a problem. I'm so greedy. I'm awful. Hey there friend! Come on! Stop step back for a moment. Ja, wenn ich hier mal hochkommen würde, Fädchen. Hallo. Einfach geradeaus laufen. Mehr musst du nicht machen. Aha. Ob ich dir das so glauben soll? Ich weiß es ja nicht. Oh nein, ich habe... Doch, ich habe auch die Schrot dabei. Zur Not. Okay, er hat keine Pistole in der Hand, immerhin. Ach so. Okay. 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 Ich wollte gerade sagen, Schafgabe habe ich doch schon. Und nicht? Okay. Okay, also das war's dann wohl. Also, um das nochmal kurz zu zeigen, ich bin jetzt genau hier auf der Karte. Und zwar ist das in The Hardlands. Könnt ihr ja sehen. Und ja, ich weiß nicht, ob wir dem jetzt nochmal über den Weg laufen. Das sieht so aus, als ob der so mit den Kräutern durch die Gegend zieht. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Oder ob wir da eventuell nochmal hinkommen können, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber das wäre auf jeden Fall gut, wenn ich das nochmal im Hinterkopf behalte, falls ich nochmal andere Kräuter finde. Dass ich die eventuell auch irgendwie hier abgeben kann oder so. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ähm, haben wir das nicht schon mal miterlebt? Ähm, Entschuldigung. Ja, das habe ich gesehen. Äh, das ist da hinten zwischen die Berge gelaufen. Was war das, glaube ich, oder? Genau. Oh Gott, ich bin so schlecht mit dem Lasso. Aber wir versuchen es trotzdem. Ah, so geht's auch. Das ist ja geil. Ja, cool. Dann brauche ich das Lasso nicht zu benutzen. Das ist ja cool. Wo war der Typ jetzt? Irgendwo in der Richtung, ne? Versteht er, glaube ich, oder? Ne, das war ein Reh. Ähm. Da ist er. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Pferd. Es tut mir leid. Oh, das ist wirklich nett von dir. Danke, danke, danke. Kein Thema. Except for my thanks as reward. I won't forget this. Sure, mister. Ich habe doch gern geholfen. War auch mal eine coole Erfahrung. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe doch gern geholfen. Ich habe doch gern geholfen. Ich habe doch gern geholfen.